Ein Hallo aus Leipzig. Wir sind auf dem Messegelände und es ist hier nicht etwa Games Convention, sondern wir sind auf der DreamHack. Und ja, die besten Eindrücke von der DreamHack 2018, die wollen wir euch in diesem Video präsentieren. Eindrücke Wir sind auf dem MSI-Stand hier auf der DreamHack. Und neben mir sieht man die neuen Optics-Monitore. MPG27C heißt der. Und das Besondere daran ist nicht nur, dass der ein schickes Brezel hat, natürlich für Gaming getrimmt ist, sondern die RGB-LEDs hier unten. Und das ist jetzt nicht irgendwie nur eine schwachsinnige Beleuchtung, wie bei vielen RGB-Sachen, sondern die kann man tatsächlich cool belegen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel im Spiel gerade getroffen werdet, dann kann das hier rot aufleuchten zum Beispiel. Wenn ihr irgendwie gerade gekillt werdet, dann könnt ihr das in einer anderen Farbe belegen. Das macht man hier mit der MSI-Software im Endeffekt. Da kann man hier unterschiedliche Farben auswählen und dann dient das sozusagen dem optischen Hervorheben von bestimmten Events. Ja, wir sind auf dem AOG-Stand von Asus und wie man hier sehen kann, gibt es auch ein paar CES-News zu entdecken auf der DreamHack. Dieses Prisma hier, der AOG Brezel, den haben wir schon auf der CES gesehen und das ist halt die Möglichkeit, um drei normale Monitore, die nicht curved sind, miteinander zu verbinden und dann sozusagen hier den kleinen Rahmen auch zu verstecken. Cooles Teil, um sich im Endeffekt zu Hause dann aus den bestehenden Monitoren irgendwas curved-mäßiges zu basteln. Wir sind am Samsung-Stand und hier lautet das Motto dieses Jahr, Play Bigger, Move Faster. Der CHG90 steht hier vor mir und das ist natürlich das Ding, was man unbedingt zu Hause haben möchte, wenn man sozusagen richtig spielen möchte, am besten noch mit solchen Stühlen dann dazu. Aber es muss auch eine SSD drinstecken im System, das sagt Samsung hier ganz klar und zwar die neue A860 Pro. Da haben wir euch letzte Woche gerade den Test gebracht von der neuen 4TB-Variante. Könnt ihr mal bei uns auf der Webseite gucken. Den Test findet ihr bei Hartfelux.de. und dann den Test draft ihr bei den Schrammении. Das ist einerererererererererererererer. Dann geht es um chronischer Weg. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Denn ich kann auch einen Schlagerplan für das permet zu machen. Das ist ein bis zum nächsten Mal. Dann geht es um einen Schlagerplan für das Problem. Dann geht es um den Schlagerplan für das Problem. Dann geht es um einen Schlagerplan für die größte nights und die Moment. Untertitelung des ZDF, 2020